Wir graben etwas an und schauen wo der Spargel ist und stechen ihn dann bei 30 cm unten in Drähten ab. Wenn er ein Profi ist, geht er von der Seite hinein, der schon lange sticht und weiss genau wo der Spargel ist. Sie sehen es hier. Er geht von unten her von der Seite und sticht ihn. Er weiss genau wo man ihn zustechen muss. Und hier sehen Sie, hier kommt schon der Nächste. Die sind ziemlich nahe beieinander. Man muss sehr gut aufpassen, dass man nicht den Jungen unten absticht. So verliert man natürlich Ertrag. Und dann drückt ihr ihn mit dem Messer ein wenig hoch, wenn er ihn gestochen hat. Dann kommt er schön zu der Erdnuss. Und nach dem Stechen gehen wir wieder schön die Erdnuss verschliessen, dass es wieder eine schöne Ebene gibt, dass eine Fläche ist, dass keine Luft darunter hat, dass sich die Erdnuss wieder schön erwärmt. Jetzt kann er einige Dosen aufnehmen. Jetzt geht es dir günstern, wenn er die Wiener mit dir und hinterm herkommt. Dann kommt er ein wenig hoch und das wiederverr شيher. Und jetzt kommt er wieder in der Kommission. Dosen Sie hier noch nicht. Soll mich in diese Dosen hier an. Soll ich es dir noch ein Blank. Soll es mir nochmal einen Lack. Soll ich es dir noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020